ein wundervoll guten morgen digitalen tomaten nomaden was geht ab ich bin noch in bremen und es ist schon wieder schönes wetter drei tage in serie das hat glaube ich hier nicht mal im august wir sind heute super früh aufgestanden halb neun schon aus das vorbildliche videos schon am exportieren denn nachher geht es nämlich nach berlin einfach zeit so schnell kann es geben ist jetzt keine drei minuten gedauert glaube ich bin er ist fertig eingepackt jetzt gehe ich auf die dunkelheit und jetzt wieder in die helligkeit die semi-helligkeit so heftig und ich habe noch nicht mal gefrühstückt naja wir gehen aufs dach jetzt erstmal wirklich auf nächster näher davon überzeugen ob wirklich wieder so ein schönes wetter drei tage in serie im dezember hier sonnenschein in bremen darauf komme ich nicht klar und wir starten natürlich wieder putzmunter in den tag mit einem contentpart und ich habe ja gestern seth godens buch vorgestellt wenn ihr es nicht kennt unbedingt auschecken es war echt absolut phänomenal und einen punkt habe ich euch gestern einfach frecherweise unterschlagen und dem möchte ich heute einen komplett eigenen contentpart widmen und zwar er erzählt in dem buch eine sehr sehr spannende sache und zwar er zitiert sege brin den co-founder von google und der hat nämlich gesagt das hat bei mir echt noch mal eine ganze menge bewegt und zwar er hat gesagt als sie dabei waren google zu entwickeln haben sie sich selbst gar keinen stress gemacht dass direkt heute die ganze welt davon erfährt weil sie nämlich wussten dass das produkt jeden tag immer immer besser wird und deswegen ist es nämlich eigentlich sogar besser wenn ein zukünftiger potenzieller nutzer das google nämlich nicht nicht von google heute erfährt sondern erst von morgen weil also erst morgen weil morgen das produkt nämlich besser ist und je besser das produkt ist desto mehr ist sozusagen ist derjenige der user geflasht und sie wissen dass auf lange zeit gesehen eh alle leute von google erfahren werden weil es einfach ja weil es einfach ein geiles produkt ist aber weil sie halt einfach jetzt noch nicht auf dem stand sind wo das ding komplett härtestens rockt sondern sie verbessern es jeden 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 tag immer wieder und deswegen ist es eigentlich sogar im sinne von google gewesen dass nicht die ganze welt heute schon davon erfährt weil dann würden sie vielleicht sagen so naja sogar ist ja auch nicht taugt nicht so und so weiter und wenn nämlich einmal eine überzeugung in den köpfen der leute drin ist dann ist es schwer die wieder rauszubekommen selbst wenn google dann viel viel besser ist und die beste suchmaschine überhaupt aber wenn jemand das erste mal mit denen in kontakt kommt und sich dann so denkt so naja okay so krass ist jetzt auch nicht dann ist es schwer das wieder rauszubekommen also eigentlich ist es in deren sinne dass nicht heute die ganze welt davon erfährt sondern erst morgen oder erst übermorgen und das übermorgen und das hat bei mir natürlich offene türen eingerannt weil ich ja eh ein großer fan von diesem langfristigen denken bin und mir so gesagt habe ja wenn ich jeden tag meine videos verbessere wenn ich jeden tag immer immer mehr guten content raushaue und den einfach die schnitte verbessere den content verbessere mein auftreten verbessere an allem arbeite habe ich eigentlich überhaupt gar keinen druck dass direkt heute alle leute die sich für meine themen interessieren direkt heute von meinem kanal erfahren sondern eigentlich ist sogar morgen für mich der strategisch bessere zeitpunkt weil morgen sind meine videos besser als heute und ich finde wenn man sich das verinnerlicht wenn man sich das noch mal so das noch mal wirklich auf der zunge zergehen lässt er nimmt einem das so viel druck von den schultern weil man überhaupt gar nicht gezwungen ist dass heute die ganze welt davon erfährt wenn ihr einen neuen youtube kanal startet dann ist es sogar eigentlich eher in eurem sinne dass nicht direkt heute die hunderten die tausenden an zuschauen vorbeikommen weil heute eure videos noch nicht so gut sind wie morgen und morgen noch nicht so gut sind wie übermorgen und die zeit ist nämlich auf unserer seite wenn wir uns jeden tag verbessern wenn wir immer an uns arbeiten wenn wir die videos wenn wir den content wenn wir alles rundum immer jeden tag ein stückchen besser machen als den vortag dann haben wir überhaupt keinen zeitdruck weil der strategisch beste zeitpunkt dass jemand den kanal entdeckt ist nämlich nicht heute sondern eigentlich erst morgen und das ist das ist einfach eine geile denkweise und ja das ende vom lied google kennt er jeder benutzt google es gibt so gut wie keine anderen suchmaschinen mehr alles andere ist völlig in grund und boden gestampft weil google einfach das beste ist und jemand der heute wobei es sehr unwahrscheinlich ist wahrscheinlich schon die ganze welt kennt aber jemand der heute google entdeckt denkt das krasseste überhaupt und jemand der es vielleicht vor ich weiß nicht genau wann es angefangen hat vor ein paar jahren entdeckt hat dachte sich so naja ok so krass ist ja auch nicht also die zeit spielt für sie und die zeit spielt auch für uns die zeit spielt für uns wenn wir uns jeden tag verbessern jeden tag stück für stück an uns arbeiten jeden tag den content den output den wir leisten immer 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 weiter verbessern und ich habe gestern eine krasse krasse brainstorming session wieder gemacht und ich habe für nächstes jahr so viele dinge geplant ich werde diese stelle noch nicht so viel anreißen denn soll auch ein stückweit überraschung werden aber ich kann euch sagen die tomaten show wird absolut durch die decke gehen es wird besser als je zuvor dagegen sind dass die videos die jetzt heute das heutige video was ihr anguckt ist im vergleich zu dem was wahrscheinlich in einem monat sein wird absolut lame absolut lame also es wird noch mal es wird noch mal einige weitere ebenen weiter angehoben das kann ich auf jeden fall schon mal versprechen was genau das werdet ihr dann sehen also ich glaube der januar wird wird ein ziemlich fetter monat so viel kann ich an dieser stelle schon mal sagen und ich habe ja nämlich gestern im video auch gesagt dass das es so wichtig ist prioritäten zu setzen und auf die paar projekte die einem so richtig wichtig sind sind die einem richtige herzensprojekte sind damit man die durch den dip durchschieben kann damit man die wirklich einfach durch die durch so richtig richtig abgehen lassen kann muss man sich von projekten trennen die vielleicht auch geil sind aber die vielleicht nicht ganz so geil sind wo nicht ganz so viel leidenschaft drin steckt und die einfach die einfach beenden damit man genügend energie hat und die paar wenigen projekte die einem wirklich wichtig sind da durchzuschieben und deswegen habe ich mir gestern gesagt ist erst mal nur eine vorübergehende vorübergehende entscheidung eigentlich wollte ich in diesem jahr und zwar nächste woche wollte ich eigentlich ein weiteres tomaten original drehen aber ich habe mir jetzt gesagt dieses jahr wird es kein tomaten original geben ich lege das projekt erst mal auf eis das heißt nicht dass ich nie wieder solche machen werde ich habe da bock dran und ist geil aber aktuell brennig für diese tomaten originale für diese mini short movies nicht ganz so sehr wie dafür dass ich täglich 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 die tomaten show immer besser mache und das ist einfach mein nummer eins projekt das ist das was die die tomaten originale sind so ein bisschen ja das sahnehäubchen was dann ab und an mal raufkommt das ist geil das ist richtig richtig schön dazu gibt es immer mega feedback und die beiden videos haben irgendwie bisher schon 200 kommentare und alle feiern das und ich feiere das auch total aber ich muss mir sagen für die zeit die ich da reinstecke die war die will ich aktuell lieber da reinstecken dass ich die tomaten schon weiter verbessere denn das ist das was jeden tag jetzt ist hier durch den wind einfach die kamera nach vorne gibt gut dass ich das stativ so aufgestellt habe und dass es nicht nach hinten gekippt ist denn das hätte unangenehm werden können hier alle die ein bisschen unter kann die nicht schwindelfrei sind hätten das ist mein oberstes ziel die tomaten schon weiter zu verbessern deswegen stecke ich gerade meine komplette energie da rein und kann euch schon mal sagen in den nächsten wochen und monaten geht da äußerst viel aber die quintessenz ist wenn wir täglich an uns arbeiten wenn wir uns immer weiter verbessern dann spielt die zeit für uns und dann müssen wir nicht das soll natürlich nicht heißen dass wir jetzt einfach da sind und sagen nö soll jetzt keiner kommen ich will die videos einfach für niemanden machen wir sollten natürlich trotzdem neue leute anziehen denn wenn sie niemand guckt dann haben wir auch nichts gekonnt aber wir müssen nicht wir müssen uns nicht diesen druck machen das halte ich lieber mal fest wir müssen uns nicht diesen druck machen dass direkt heute alle leute von unserem kanal erfahren weil er morgen besser ist als heute und übermorgen besser ist als morgen und überübermorgen besser ist als übermorgen jetzt bau frühstückszeit fertig so los geht's final geschnappt auch erst aber leicht heute sehr schön ich habe den mixer hier nicht dabei xs in berlin gewesen so viel hat ja ein wundervoll und auf die sonnenbrille und licht aus und für auf und für zu so denn ich mache mich jetzt nämlich auf dem weg wir fahren heute abend nach berlin zusammen so viel ist allerdings jetzt noch den ganzen tag in der uni und dadurch dass ich keinen bock habe den ganzen tag zu hause zu sitzen habe ich mich jetzt einfach mal entschieden um nach hamburg zu fahren denn wir fahren nämlich über hamburg heute abend von da fährt dann unser bus nach berlin weil es irgendwie immer günstiger ist als von bremen zu fahren und war jetzt einfach schon eher hin gehe dort ins bete haus und check mal was da so abgeht es ist immer wieder bremer hauptbahnhof immer wieder schön zu sehen ob der bus schon da ist oder ob er mal wieder zu spät kommt die strecke bremen hamburg ist immer immer oder stehen drei busse in einer reihe irgendeiner von denen wird doch sicherlich meiner sein doch nicht essen und irgendwas holland oder so bäh yes der ist er nur eine viertelstunde zu spät bäh 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 b resurrection bäh b So, dann wären wir auf jeden Fall Smooth Fahrt, alles gut funktioniert, bisschen Geworkt nebenbei. Ich saß zum allerersten Mal in so einem Reisebus in der ersten Reihe, da hat man ja voll die Aussicht. Das war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Kleine Snacks für zwischendurch. Das Video ist schon zwei Drittel hochgeladen. Ich kann auf jeden Fall gut mit der Digital Eatery in Berlin mithalten. Jetzt habe ich hier drei Stündchen, ein bisschen zum Worken und dann ist Sophia aus der Uni wieder da, ist wieder hergefahren und dann treffen wir uns wieder. Erstmal kommen wir in die Tasten. Jetzt ist um sieben, Arbeitstag ist beendet und jetzt kommt das Highlight des Tages. Sie ist gerade nun zu viel telefoniert, sie ist auch gerade angekommen, war ja den ganzen Tag in der Uni. Und jetzt treffen wir uns gleich in der U-Bahn, ich steige in ihre ein, muss jetzt ein bisschen mich beeilen, dass ich die kriege. Und dann, und dann, und dann, und dann, gehen wir Pizza essen im Freundlichst. Yes! Zum dritten Mal für mich schon das Freundlichst, seit der Eröffnung vor zwei Wochen oder sowas. Das ist einfach der beste Laden. Philipp treffen, leckere Pizza essen, herrlich. So, wir sind jetzt ungelogen seit drei Minuten hier und wir haben schon unsere Pizza, dank unseres ganz persönlichen Pizza-Bäckers. Yeah! Bye! Philipp, du siehst gar nicht so Pizzamäßig aus heute. Sonst wirst du immer viel weiter... Okay, doch. Okay, doch, das zählt. Das zählt, oder was? Naja, es wird. Ich habe wieder hier die beste Pizza überhaupt mit Kürbis und Süßkartoffeln. Philipp, hast du eigentlich in den letzten Tagen meine Videos geguckt? Dann hättest du nämlich gesehen, dass wir sie nachgemacht haben. Tatsächlich nicht. Und wir haben sie gepimpt. Wir haben quasi die Pizza featuring die Pizza auf einer gemacht. So süß? Ja. Und dann erzähle ich gleich mal eine. Wie ist die Pizza? Hockt sie so hart wie unsere? Mh, mh, mh. Auf jeden Fall. Das ist mein kurzes Vergnügen-Pizza. Es ist leer, wir müssen jetzt auch schon wieder los, denn der Bus nach Berlin kommt gleich. Ciao! Was geht denn? Wollen wir die letzte Reihe? Oder hier. Ja, oder da. Das ist auch chillig. So, los geht's. Editing Mission ist am Start. Und weil so ein Tag ohne Bus-Toiletten-Szene natürlich nicht komplett ist, Outron, weil die ganze Geschichte hier ist, ist jetzt schon 10. Ich habe gerade schon die erste Hälfte des Videos fertig geschnitten. Und ich bin doch ein bisschen stolz auf mich, auf jeden Fall, was ich bisher so gemacht habe. Aber das ist immer geil, wenn ich mir viel Zeit nehme für den Edit, wie hier, ich fahre jetzt 3 Stunden nach Berlin, ich habe alle Zeit der Welt, dann stecke ich halt auch richtig was rein und mache richtig viel. Und ich bin sehr, sehr froh, wie das alles bisher geworden ist. Ihr habt es natürlich schon gesehen. Ich werde mir das Video bestimmt nachher nochmal angucken, wenn es fertig ist. Weil ich es einfach, ja, immer wieder, immer wieder motivierend finde, wenn ich dann wieder sage, okay, heute, setzen wir einfach mal 2,5 Stunden in den Edit rein. Und das lohnt sich letztendlich dann auch schon. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Es war ein sehr, 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 sehr schöner Tag auf jeden Fall in Hamburg. Jetzt fahre ich weiter mit so viel nach Berlin. Morgen sind wir in Berlin, morgen stehen so viele steile Dinge. Samstag noch viel steiler, Sonntag mindestens genauso. Also die nächsten Tage unbedingt einschalten, das wird großartig. Lassen wir mal noch einen Kommentar zum Feedback, äh, einen Kommentar, ein Feedback zum Content-Part da, wollte ich sagen. Was denkt ihr, was haltet ihr von der Denkweise? Sagt ihr, das klingt verständlich oder sagt ihr, das ist Quatsch? Man sollte so schnell wie möglich versuchen, möglichst viele Leute anzuziehen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen großartigen Tag und lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Adieu. Bis zum nächsten Mal.